Freunde, willkommen zurück zu Part 2, London 2012, die Olympischen Spiele. Boah, Leute, ich bin immer noch ganz schön am Arsch, ey. Huh, gestern noch ein bisschen zu viel gefeiert, ey. Benjamin muss natürlich wieder die ganzen Bierflaschen wieder auf... Ähm, die ganzen Milchflaschen natürlich wieder aufräumen. Ich habe ihn dazu ja verdonnert zum Flaschenträger und heimgelaufen ist er auch noch. Ich weiß nicht, ob er schon zu Hause ist. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch läuft. So, jetzt bin ich gerade voll überholt beim Reden. Ähm, mit Paul habe ich noch was ganz Spezielles gemacht. Ich glaube, es hat ihm ganz schön viel Kraft... Ähm, Entschuldigung, Freunde. Ich habe nämlich vergessen, dass ich... Man, gefahren so ein, ist der Benjamin. Nein, halt. So. Wo jetzt? Also, sozusagen, Bogenschießen. Gewichtheber. Kugelstoßen, obwohl ich Stoßen mag. Das ist blöd, ich dachte, das mache ich alles machen. Na gut, dann fangen wir jetzt mal an mit Bogenschießen. Einzelnen. Lord Cricket Round. Und... Boah, wieder so früh. Also heißt, es wird da früh aufstehen. Das ist der erste Event des Jahres. Applaus Die Situation vom Bogenschießen, Leute. Mal gucken, ob man sich hier reißen kann. Der Peter fröhlich. Da, warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. Kennt ihr das Lied auch noch von Yutokos Quack? T-t-t-t-t. Jawohl, komm, Junge. Heiz mal den Leuten ein. Junge. Mund zu Mund. Mit Mundbeilung kenne ich mich ja aus, nicht wahr? Kaul, äh, Maul oder wie du heißt. Okay, Leute, komm. Konzentration jetzt. Wow, das ist nicht so gut. Fünf Punkte. Junge, wir müssen ins... Ach, ich meine, scheiß. Junge, wir müssen ins Bullseye treffen. Komm, jetzt aber. Oh, das wird immer schlechter. Fünf, drei. Ich würde sagen, ich muss mich mal kurz konzentrieren, hä? Ich habe gegen wen, die merke ich gerade... Oh Gott, das wird immer schlechter. Ah, Leute, ich sollte mir echt mal... Okay. Immerhin ist ein Fünfter, also gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich über 10, da war eine des Nut. 13 Punkte haben wir, nach drei... Nein, das ist nicht so gut, würde ich sagen, Leute. Komm schon. Der wird besser. Oh Gott. Ich hatte meine Backen mal eine Runde. Jetzt muss ich schauen. Ich kriege ich jetzt verarschen, hey, fröhlich. Junge, dir ist gar nicht mehr fröhlich hier zum Willen, wenn ich mit dir fertig bin. Dann zeige ich mir mal, dass du hier zu Recht im Team bist, Mann. Ui, das scheint gewirkt zu haben. Ja, gerade eben der Anschiss. Jetzt geht er los. Uh, da haben wir Glück gehabt. Ui. Ja, da hast du Glück gehabt, du fröhlich. Schauen wir uns den prima... Prima nicht, aber den besseren Schuss nochmal an. Ja, aber okay. Wir sind noch 5 da. Oh, wir sind mal ganz abgeschlagen. Ui, ui, ui. Yeah, ich bin fröhlich. Los, Leute, ihr auch fröhlich sein sollt. Yoda. Okay. Konzentration, please. Oh Gott, was mache ich da falsch? Ich muss mal höher schalten. Vielleicht so mal. Ja, 6 Punkte. 5, 6. Boah, also bei Offline war das natürlich viel besser, was ich hier... Ja, gemacht. Ich hab auch in den Film verhält. Und der 3. Ich kann's gar nicht glauben. Da heiße ich ihn fröhlich und spiele ich mal fröhlich drauf los. Oh, Leute. Ja gut, der Yang Sun, der haut natürlich alles hier voraus. Boah. Leute, hier. Jetzt, schau dir mal, wie man einen Punkt ja macht. Schaut genau hin. Wow. Das waren 6 Punkte. Oh, fröhlich, ich muss mal 10 lernen. Ja, ich weiß. Jetzt passt mal auf. Das ist gar nicht so einfach, weil ich hier einen Daumengegenwind kriege. Da bist du besser... Achso, ich komm nicht über die 5. Das gibt's nicht. 5, 6, 6, 6, 6, 6. Jetzt aber. Komm. Mach's für Deutschland. Ui, das sieht schon besser aus. 7 Punkte. Scheiße, ich komm nicht über die 7 Punkte. 5. Platz. Komm. Komm, als Trainer. Immer der Bogen. Ich will anderen die Bogen haben, Mann. Echt, der ist mir zu groß. Fröhlich, halt die Backen. Das müssen wir einfach nochmal hier trainieren, hä? Ja, pff. Wir sind hier ganz schön abgeschlagen. Wir haben fast 30 Punkte Abstand. Ja, schaut euch das mal an, hä. Gar keine Chance gehabt. So, Junge, jetzt holen wir uns den stärksten Mann. Unser Tier. Unser Bulle. Gewicht heben. Mal gucken, ob wir 105 Kilo hier schaffen. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Jetzt muss ich schauen. Alessandra Amonk ist es. Der Monk. Boah, das ist ein Bär. Aber eine Warnbeer hat auch noch ganz... Junge, die muss echt trainieren. Mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, komm, wir sind ja in Deutschland. 190 Kilo. Huh, das schaffe ich. Jawohl. Geht noch in den Barschungsei. Komm. Jawohl. Komm, Kraft, 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 komm, komm, komm. Hau die Scheiße jetzt raus, Mann. Komm. Und jetzt mach das Ding klar. Komm. Nein, 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 nein. Äh, es ist so schwer. Scheiße. Oh, Leute. 190 Kilo. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen arg genommen, hä? Ah. Okay. Aber jetzt schafft es. Ops, eine Sekunde mal. Bestimmt ja vom Gewitter, Mann. Hey, Trainer. Wann trainieren wir mal, wann trainieren wir mal zu zweit? Gruß, dein Benjamin. Oh, oh, es geht schon weiter. Verdammt, ich dachte, mein Mikrofon wäre aus. Verdammt doch, Mann, ey. Komm schon. Amonk. Mach's für Deutschland, bitte. Komm. Kraft, Herr Bonn, komm. Denk an Überraschungseier. Und jetzt, und jetzt kommen. Ah, du bist doch eine Flasche. Hey, Leute, ich gebe schon Kopfweh, wenn ich das schon sehe. Und sag, ach gut, da können wir gar nicht. Das ist das, was wir jetzt packen, Leute. 205 Kilo, hä? Das ist ganz schön heftig. Komm, Trainer. Boah, das ist zwar nicht gut. Komm, komm. Also, dich nehme ich nicht mehr mit, ey. Ich schwöre dir eins, ey. Alexander, da kann mein Weib, also meine Frau, kann da viel mehr an dich reißen als du. Ach, der Platz. Mein Trainerstuhl, der wackelt irgendwie immer mehr, ey. Oh, wir haben null Kilo geschafft. Geister, schlecht. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall draußen. Ja, ei, Leute. Ich glaube, es gibt eine Krisensitzung, hä? Was macht man denn jetzt hier? Sperrwerfen. Leute, mal gucken, ob ich da was packen kann. Ich glaube, Medaillenspiel habe ich es gar nicht abgeguckt. Ob ich abguckt habe. Scheiße, Radsport, Bahn. Oh, das habe ich auch noch nie jetzt gespielt. Qualifikation, der Herr, Jens Twinsen. Yeah, ich bin der Beste. Ich bin in erster Reihe. Oh Gott, Leute, ich habe es nie gemacht, hä? Also, er wartet jetzt nicht zu viel. Ich muss auch noch, oh Gott, auch noch aus dem Steuern. Aber da. Jawoll, Junge, das ist der Bugesoff. Das merkt man. Ich muss oben, okay. Schön, Junge, komm, jetzt hau die Scheiße raus. Komm, komm, komm. Nitro, tsch, jawoll, wie im Training, komm. Nimm ausrollen, das ausrollen, ganz ruhig. Das hast du, Dinsy. Komm, jetzt gibt es wieder Gas hier, komm. Pass auf, da hast du noch eine Bande. Ausrollen lassen, ausrollen lassen. Und jetzt gibt es Gas, komm, komm, komm. Komm, Junge, mach zu Deutschland, komm, das ist der Sieg. Komm schon. Ausrollen lassen, jetzt gibt es Gas, komm, mach es für mich, bitte. Ich will, ich will für Deutschland, hä, hä. Okay, und Leute, Leute, ich habe es gar nicht so gemerkt, hä? 44,96. Ich glaube, es war gar nicht so schlecht, hä? Erster Platz. Boah, da habe ich ja natürlich Vollspeed gegeben. Erstmal Nitro hier gezunden, hä? Okay, das war gar nicht so schlecht. Wir sind unter den ersten drei. Sperrwerfen. Oh, Leute, das habe ich noch mit meinen Jungs noch ganz arg üben müssen, hä? Weil zum Teil sind ja noch drüber, noch über die eigenen Beine noch drüber gestolpert, die Horn-Ochsen. Haben die Sperrwerfen nach hinten hier geschmissen. Ist das echt so gut, wenn die haben wir? Ein ganz spezieller Patient hier. Richard Löwenbein. Leute, wenn du schon so heiß, musst du doch auch Beine haben, hier bin ein Löwe. Ho, 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 ho. Puh. Aber ganz ruhig. Komm, Junge. Äh, okay. Jawoll! 49 Meter! Das ist der erste Platz, Leute. Ich kann mich da gar nicht richtig freuen, weil ich kann gar nicht richtig schnell, was los ist. Richard, ist so richtig... Okay, ich freue mich gerade. Okay, Freunde. Ganz ruhig, Junge. Was machst du? Ganz ruhig, Richard. Ganz ruhig. Jawoll! Und jetzt... Oh, das ist... Er kann es noch steigern! Er kann es sogar noch steigern! Verdammt nochmal! Was geht hier los? Leute! Oh, krass! Das ist meine Mannschaft. Das ist mein Richard. Hier ist ein erster. Junge, mach das! Dribble, klar, komm! Deutschland hat neun Helden. Sperrwerfhelden, meine ich. Oh, das wird ein Prima. Und... Guter Winkel! Oh, ich glaube, der wird nicht so gut, hä? Oder... Doch, er kann nicht steigern! Er kann... Oh, das wird ein... Alter, 77 Meter! Ich bin... Ich werde neidisch hier! Oh, Richard! Ich liebe dich! Krass! Deutschland ist unschlagbar, Leute! Wir haben 27 Meter Vorsprung, hä? Ich bin's! Richard! Hallo, Freunde! Leute! Ich habe eine Fresse! Genießt mal den... Wurf! Jawoll! Komm! Mach das Ding! Nein, das wird nicht so gut! Ja, gut. Man kann nicht alle... Alle Würfe... Irgendwann wiederherher packen. Ich würde sagen, wir haben uns im ersten Platz das verdient. Aber bitte mit... Höchst Disziplin! Jawoll, Jürgen! Ach, Jürgen, du bist ja auch hier! Ja, grüß dich! Hallo! Guck dir zu! Jawoll! Rüstung, Freunde! Perfekt der Winkel! Komm, Jürgen, hau das Ding! Ah, bis hin geschenkt, bis hin geschenkt, bis hin geschenkt, gell? 60 Meter! Ja, da freut sich, Tücher, ganz... Leute, ich bin da voll aus dem Atem, hä? Den Wurf macht es jetzt nur für Deutschland. Oh, Leute, das ist die Kraft dahinter. Boah, komm, hau den Scheiß nach vorne! Ja, 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 ah, schade! Okay, egal, Junge, du hast... Du hast deine Goldmedaille do verdient, hä? 77 Meter... Ne... 52, 60, 77... Und wir sind Erster. Leute, wir sind Erster, jawoll! Oh, das ist terrific! Let's have a look at the replay! A magnificent throw! Boah! Oh, was schau ich dir mal den Wurf an? Das ist denn nicht was aus dem Stadion noch rauskriegt. Aus dem Stadion noch rauskriegt. Das habe ich gerade selber geholt, hä? 77 Meter, Leute, ihr könnt einstecken. Ihr könnt alle einstecken, hä? Schaut, ihr Engländer, so wird das... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich euch hier gewungen gesungen. Ich freue mich einfach bei meinen Athleten hier echt. Ich sollte nach vorne hauen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich! Zurück, Freunde, bei Karin, der Herrin. Ne, der Herrin, scheiße, schon blamiert. Wir haben uns vorhin in die Qualifikation. Ziemlich gut geschlagen, wir sind eigentlich Erster geworden, hätte ich mal gesagt. Oh, und jetzt würde ich sagen, machen wir uns ja im richtigen Rennen. Was, mache ich jetzt die Sache klar, oder? Ja, ich packe das. Okay, komm. Drei, zwei, eins, und jetzt schießt das Ding noch voll, komm. Sieh aus dem Weg. 70, komm, Junge, Nitro. Ja, Junge, komm, das hast du. Fünf, drei, komm. Junge, jetzt hast du das, komm. Komm, Junge, mach das Ding klar, Mann. Das ist echt spannend, hier, komm. Und jetzt packst du das, komm. Jetzt komm, zieh, zieh, zieh. Ja, ich hab keine Chance mehr, komm. Ja gut, dritter Platz. Ey, das ist aber auch kompliziert mit der Steuerung hier, ey. Oh, dritter Platz, ey. Na gut, da ist natürlich nicht so drüber erfreut. Äh, schade, egal. Egal, egal, Jens, das hast du gut gemacht. Ich glaub, der ist ihm, glaub ich, auch die Konditionen einfach auch ausgegangen, ehrlich gesagt. Ja, egal. Komm, dritter Platz, ich auch eine Medaille, Freunde. Verdammt, das war ja gar nicht so knapp. Äh, so, ja. Ja, so, ja, ist deutlich, meine ich, eigentlich. Wir sind dritter, jawohl. Jens, aber gar nicht so schlecht, komm. Okay, Medaillenspieler haben jetzt vier Punkte. Okay.